Jetzt müssen wir zum Checkpoint kommen. Ich hab's auch geschafft. Ich war runter vom Checkpoint, man! Nein! Das war so einfach. Bist du schon beim Checkpoint? Äh, noch nicht, aber ich hab ein Schwert. Ach, du bist ja auf Null, ne? Yo Leute, was geht ab? Irgendwann am Start und herz... Irgendwann am Start und herzlich willkommen zu einer Runde Jump Leach hier auf meinem Kanal. Du Junge. Guck nach links, guck nach links. Warte, ach du? Ich wär runtergefallen! Okay, jetzt aber, jetzt so. Ihr müsst wissen, ich kann parkourmäßig einfach überhaupt gar nichts. Ich bin grad einfach schon tausendmal abgekackt. Das, oh mein Gott, ist das derselbe Parkour wie eben? Kommt mir auch so vor, aber nein, guck mal da diese... Ja, da vorne sieht's irgendwie anders aus. Der Anfang ist nochmal gleich. Der Anfang ist nochmal gleich und ich schaff das Ding einfach. Guckst du, Adi, ja, ich mach das. Okay, warte, jetzt, jetzt. Ich war zurückgepackt! Okay, jetzt vor dir, jetzt sitz ich. Ich fall schon wieder runter. Okay, jetzt, 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 jetzt. Ich konzentriere mich. Ich bin schon auf dieser Leiter. Auf dem Zaun. Okay, 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 ich auch, ich auch, ich auch. Oh nein, du bist vor mir, oh ne. Ne, du bist oben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich war bei der Ender Chess und bin dann runtergefallen. Oh mein Gott. Jetzt aber, jetzt aber, okay. Langsam, Lukas, langsam. Alter, ich bin jetzt hier am Ruhig. Nein, Mann, das gibt's doch nicht! Ich bin vor der Ender Chess schon wieder runtergefallen. Ach lol, ja genau da bin ich auch runtergefallen. Ich bin aber schon wieder auf dem Geländer. Okay, du auch. Und? Schafft er? Schon wieder? Und das kann ich, ich war schon viermal da heute. Und ich, äh, schaff den Sprung nie. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber! Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich bin weiter als du. Ich bin weiter. Schade, aber das war da kein Schwert drin gewesen. Aber, jetzt müssen wir zum Checkpoint kommen. Ich hab's auch geschafft. Ich war runter vom Checkpoint, Mann! Nein! Haha. Das war so einfach! Bist du schon beim Checkpoint? Äh, noch nicht. Aber, ich hab'n Schwert. Ach, du bist ja auf Null, ne? Ohhhh! Nicht mehr! Jetzt wieder! Ich hab'n Checkpoint. Ja, geil! Nein! Ach, das gibt's nicht! Ich war einen davor! Okay, jetzt, ich hole jetzt einfach ganz schnell wieder alles auf. Das krieg' ich ja wohl hin. Ganz schnell mal eben, ja, mach dann! Ich fall' nur runter! Die ganze Zeit! Ich fall' schon wieder runter! Oh, du so krass! Nein! Oh, wie dumm bin ich denn? So, jetzt aber! Und zack! Und zack! Es nie ganz langsam! Damit ich das hier mal locker schaff' So! Locker easy! Okay, aber die Ersten sind noch gar nicht so weit, ne? Nee, ich bin schon Zweiter, das muss ja heißen! Ich bin schon wieder runtergefallen, vorne! Ich raste hier gleich aus! Ich hab's geschafft! Und jetzt, und jetzt! Ja! Checkpoint! Ja, Mann! Das war der Erste! So, jetzt bin ich auch auf diesem Regenbogenteil! Oh, nee! Was ist das denn hier? Oh! Nein! Ich bin runtergefallen! Alter! Ist aber gar nicht schlimm, weil... Ich den jetzt locker mach' und bin ich wieder runtergefallen! Aber Erste Ebene auf jeden Fall schon mal überstanden! Nach, wie lange schon? 3 Minuten 40, ja, kann man machen! Nein! Oh Mann! Und das Ganze geht noch 4,5 Minuten, okay! Okay, ich brauch' unbedingt in den 4,5 Minuten noch ein Schwert! Aber ich schaff's einfach nicht! Hast du noch gar keins? Ne, ich hab noch keins! Bist du... Schaffst du's auf diesen pinken Balken da zu springen? Auf den pinken? Ich schaff das die ganze Zeit nicht! Die ganze Zeit! Ich fall' jedes Mal davor runter! Ich bin hier bei solchen Wasserstellen und mit dem Wasser komm ich gar nicht runter! Ach, da bist du schon! Ja! Ja! Wird auf den pinken drauf! Auf dem grauen! Auf dem dunkelgrauen! Okay, das ist schwer! Aber ich hab's geschafft! Alter! Und Kiste Nr. 2! Schwert! Okay! Perfekt! Und ein Brusthahnig! Und einen neuen Helm! Das ist schon mal gut! Das ist schon mal gut! Jetzt bin ich fast voll mit Gold equipped! So, zack! Jetzt auf den braunen! Oh! Ich hab' hier gerade auch was schönes geschafft! Boah! Bei dem Glas sind einfach Löcher im Boden! Ja! Bei dem Regenboden! Checkpoint 2! Ja, Mann! Ich hab' auch einen Checkpoint! Ja, jetzt wird's schwierig! Nämlich, da war ich gerade! Jetzt bin ich gespannt, wie du das machst! Daran wirst du noch ausrasten! Das ist eine mega schwierige Stelle! Oh Mann! Grad der Anfang! Nee, der Anfang gar nicht! Sag mal, was denn besser? Links oder rechts zu gehen? Ich hab' immer links probiert! Immer links? Okay, mach' mal so! Nee, Spaß! Rechts! Nein! Okay, ich bin auf jeden Fall schon mal links! Und! Und! Okay! Boah, mit dem Wasser, das ist schwer! Ja, ne! Ja, ne! Ja, und dann der, genau! Dieser, genau der! Oh, du hast ihn! Guck mal, locker! 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 Ja, richtig! Jetzt kommt schon! Checkpoint! Und! Ja, Mann! Da kann man auch mal runterfallen! Jetzt kommst du hier doch! Ich bin direkt hinter dir! Wie viel? Warte! Okay, du bist bei 132! Und! Oh! Nein! Ach, ich war so weit! Das ist doch... Und! 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 Irgendwann später! Wie macht man das? Wo, wo bist du gegen gesprungen? Wo bist du gerade? Nein! Ich bin doch... Das ist der... Guck mal, guck mal, ich bin genau wie du! Genau wie du! Wenn du zwei nach vorne gehst! Wo springst du dann hin? Da kommt man... Ah, okay doch! Hä?! Loll?! Hä? Ich hab die Zeit völlig verpennt! Shit, shit, shit! Deathmatch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, die Teams sind verboten! Okay, komm mal! So, 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 so! Jetzt gibt's aber... Jetzt gibt's bös! Hat du das? Ne, das ist nicht du! Hey, das ist ne COD Map hier, oder? Ja, das ist hier... Wie heißt der Name nochmal? Es lag, es lag, es lag! Ja, die gehen beide auf mich! Bist du tot? Ja, einmal runtergefallen, aber ich glaub du hast 3 Leben. Steht ja rechts. Okay, da hinten den. Ich glaub den. Ich glaub den. Wo seid ihr denn alle? Ich find keinen Gegner. Easy. Okay, ich hab nen Kill gemacht. Ah, jetzt aber nicht mehr. Hallo? Was? Was? Oh mein Gott! Genau. Okay, ich hab noch ein Leben. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen überleben. Ich mach das mal langsam. Ich würd dich killen, wenn ich dich sehe. Als Rache. Wer läuft da vorne? Einer mit der Lederrüstung, okay? Hab ihn. Nein, jetzt hab ich mich ja verraten, wo ich bin. Oh, da sind aber gerade viele bei dir, ne? Ja, da sind ziemlich viele. Und ich seh dich. Ich seh dich. Waaaaaarg! Gib ihm. Gib ihm HART! Nein, da kommt direkt noch einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin raus. Oh Mann. Da ist eine Truhe gespawne, eine Endertruhe. Ja, wenn du einen killst, dann spawnen die. Als ob. Oder? Boah leckt das, hier keine Ahnung, ich glaube das war mehr so ein Geschenk irgendwie Warte, wie viele Herzen, du hast noch ein Leben Ja, und hinter mir ist einer Hinter dir, oh oh ja, ich würde erstmal laufen, oder? Ich würde den jetzt hier, oh man, ich treffe ihn nicht, das ist hier, ich kann das gar nicht einschätzen bei dieser Verbindung hier, was habe ich denn hier? Ja auch nur drei Balken, was ist das denn? Der ist mit der Angel hinter dir, Vorsicht Ja, der soll mich mal boosten Ja, ist echt so, ne? Okay, lauf, lauf, lauf Oh Gott, das schaffst du nicht, du stirbst, du stirbst Obwohl, obwohl, ne Bin tot Schade Schade, schade, aber Aber wir sind auf jeden Fall weiter Ja, wir sind weit gekommen Warte, wie viel da waren wir denn jetzt? Steht das irgendwo? Zweiter, ähm Obwohl, wir waren beim Jump'n'Run ja beide so zweiter, dritter Wie viele Kills hast du gemacht? Da steht Kills und dann wie viele Drei Ich habe vier gemacht Oh Easy Ja, come on Ja, korrekt Ja gut, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da Ähm, wenn ihr Bock auf mehr davon habt, schreibt es mir mal in die Kommentare Fände ich ziemlich cool, macht ziemlich, äh, Spaß, der Modus Und ich hatte auf jeden Fall mal Gomme vorbei Da werden wir jetzt demnächst auch noch eine Folge aufnehmen Gleich sogar Ähm, ja, erster Link im Videobeschreibung Da würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video Und dann haut da rein Und dann, ja, du kannst auch Tschüss sagen oder deinen Namen tanzen oder so Tschau Outro 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 Outro